Hey und willkommen zu einer weiteren Episode von Scribble.io. Wieder einmal mit Maurito, Ige und Flug. Viel Spaß. Wir haben glaube ich auch Pokémon Charaktere mit drin. Mann, da habe ich ja schon gar keinen Bock mehr. Aus dem Anime, glaube ich. Nein. Also Thema dieser Scribble Runde für die YouTube Zuschauer. Charaktere aus Film und Fernsehen und allgemein halt Bekanntheiten. Ja. Die man so kennt. Dieser und das und tralala, alles ist hier wunderbar. Ähm. Ihr habt's gehört. Eindeutig. Was soll das sein? Ey, ich fand meins war, ich weiß es nicht. Sieht aus wie eine muskulöse Brücke. Das ist eine Lunge. Das ist eine Lunge, Hashtag. Hashtag Lunge. Ey, die Lunge sieht aber nicht gesund aus, weil ich dich kurz anmerken. Hat doch. Die ist sauber. Ey, der, was ist das? Das ist jetzt so schief gehen. Ich kenne das doch alles nicht. Ich auch nicht flogen. Äh, äh, äh. Ich bin klar. Mann. Was ist das denn? Was ist das denn? Der hat, der hat... 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 Der hat einfach alles falsch gespielt, was auf beiden Schrei Werden können. Junge, was ist das? Ich weiß, wer es ist. Wer ist Dolores? Ich weiß es nicht. Oha, Anime! Was? Es wird ja irgendein Echelot seine Knie gekannt. Nein! Oh mein Gott! An sich, an sich geht's oder Johnny? Nein, nicht wirklich. Ich hab keine, verdammt... Oll! Ja, moin! Ich hab nur wegen den Augen geraten. Warum weißt du nicht auf Onyx dazu? Da hätten wir vielleicht drauf kommen können, aber Junge! Mann, Marvin hätte Onyx geschrieben, sofort! Ja, das ist schwierig. Ich hab ne Idee. Ähm... Ja, ich weiß nicht, wie es ganz aussieht. Da werden wir ihn jetzt hassen danach. Amo? Ähm... Ike, guck doch mal auf die Anzahl Buchstaben. Ja, Ike. Leine... Ah! Da sind sie wieder, Marvin's Hände! Deiner hat Zeit. Ich weiß es nicht. Oha! Oh, 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 oh! Ich mein, ich werd jetzt Luke schreiben, aber das ist eindeutig nicht Luke. Aha. Vielleicht. Warum nicht das? Ähm... Äh... Ich mein, es ist auf jeden Fall ein Jedi. Äh... Ähm... Ähm... Man kann's versuchen! Ähm... Ja, ne... Er fängt... Hä, wir fängt jetzt nicht gerade ein, mit denen... He? Mh... Also wenn Star Wars ist, dann bin ich sehr enttäuscht an mir. Wenn Star Wars ist, bin ich sehr enttäuscht an Marvin! S? Vor allem S? Ähm... Was ist denn da? Ich hab so keine Ahnung... Junge, er sieht aus wie ein behinderter Vogel. Hä? Boah, ich muss überlegen. Hä? Was zum Teufel? Das war schon eins auch. Was? Jetzt hab ich ihn zu lachen. Waaaaaah! Waaaaaah! Ich kommentier das nicht mal so. Oh, was zum Teufel ist das? Was? Junge! Link! Link! Eindeutig! Waaaah! Wtf! AHAHAHAHA AHAHAHAHA AHAHAHA AHAHAH Achso! AHAH AAAAA Jo, hier kommt's rauf. WAAAAS Setz auf! Kenn ich den Charakter überhaupt?! Achso, du solltest ihn kennen. Sag ich mal. Ähm... Äh... Was? Was ist das denn? Soll das ein Zielrohr sein? Äh... Ah ne... Warte würde ich jetzt auch nichts sagen. Was... Was seh ich mir hier grade an? So... Das werden die Bilder machen können, oder? Äh... 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 Hey, warum wurde ich gekickt? Äh... Dann schau ihn einfach wieder durch den Link, kannst du wieder rein. Mann, war als ob ihr darauf nicht gekommen seid, das war ein Fenster, ein wunderschönes Fenster. Ich hab keine Ahnung von Peter Pan eigentlich. Weil er kennt ihn doch aber trotzdem. Äh... Ich bin wieder da. Oh... Nice. Ich weiß ganz genau, wer das ist. Mann! Catman! 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 Ach so, ich hab Catman gelesen. Äh, die Catman gefällt mir besser. Äh... 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 Mann... Wir haben so viele Kategorien, von denen ich keine Ahnung habe. Den kennt ihr. Alle. Sicher? Ja. Ja. Oh nein. Was? Ja. Ja. Ich wusste es. Was? Boah, Erfolgserlebnis heute. Ich dachte, das war was hier heute. Äh... 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 Das ist irgendwie komisch, keine Ahnung. Oh nein. Und hier zeigen sie. Kommt ihr nicht an. Warte, warte. Ich muss ehrlich sagen, alle drei Wörter waren richtig geil gewesen. Wenn ihr hier nicht gewonnen habt, habe ich das auch nicht geschrieben, weil ich dachte, das wäre... Alle drei Wörter waren so nice. Alle drei Wörter waren so nice. Ja, ohne Scheiß. So. Gleich mal, dass man das andere im Frusten gleich erwartet. Und dann erraten sie es gar nicht. Vielleicht so. Das wäre schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Was ist das? Oh mein Gott, warte mal. Ne, was? Ich habe bisher 90 Punkte, selbst Marvin, der Eber erst rei... Oh Mann. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine schlechte Runde für mich. Komisches Auge, wo? Oh. Ah. Nein. Schreck. Ja, wir haben uns besser Arme, dann warten sie wieder. Weil mich hat erstmal Schreck falsch geschrieben und Ige macht es einfach nach. Was ist das für ein Wort, what the fuck? Ähm. Ah ja. Ich mache das jetzt so sparotisch. Ne, warte, das kannst du es nicht mehr machen. Das hätte jetzt beide auch mieser Simpsons bekommen. Keine Ahnung. Ich dachte eigentlich nur, er hat falsch geschrieben, deswegen wollte ich es nachschreiben. Beim Alla Simbula, wer heißt Alla Simbula, Alter? Alla Simbula. Ich weiß nicht mehr, ob es das gibt. Ja, warum schreibst du es dann? Ja, warum schreibst du es dann? Ja, warum schreibst du es dann? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, bei Alla Simbula ist auch nah dran. Warum wirst du dich jetzt gleich so hot ergreifen? Aber wer hat einen pinken Kopf? Okay. Das soll auch Farbe sein. Junge. Ey, man. WTF? Ich weiß nicht, dass ich in der Haut habe. Ich bin wirklich ein pinken Kopf. Ich war nicht. Oh, warte, den kann ich mal. Ich weiß nicht. Und warum? Und warum? Er hat doch schon ein bisschen, aber. Oh, hab hier berufst, aber das kriege ich hin. Eindeutig, Pengu. Ich hatte eigentlich Dona Duck gedacht, aber. Oh, passt. Ist das doch richtig? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob es der richtige ist. Ich bin aber keine Ahnung. Ey, das Klo ist nicht nett. Zuck. Nein, du bist irgendwie gerade alles. Ich zuck. Ich habe alles taktisch gespies. Aber da muss doch. Ich bin diese Kegs, Alter. Ich bin diese Kegs. Boah, du Scheiße. Aber ihr werdet einfach drauf kommen, Say. So hoffe ich, wenn ich es vernünftige Zeichen habe. Oh mein Gott, das sieht wunderschön aus. Oh, oh, oh. Ja. Oh mein Gott, ne. Ja, der hat so ein kleines Smirken, okay. Es ist wunderschön. Okay, ich habe eine andere Idee. Es sieht einfach aus wie ein Würstchen, Mann, BTL. Oh mein Gott, das ist so ein Laute. Oh mein Gott, das ist so ein Laute. Was Fährt. Fährt die Punkt, das ist echt fährt. Swiper nicht klauen. Swiper nicht klauen. Klauen... Wie geht das? Das ist jetzt schwierig, ich hoffe, ja, Rathis, dann bin ich so stolz auf euch. Wie's gut ist, ich hab's geschrieben, ich hoffe auf den Moment, bis irgendwas davon kommt, ich hoffe, es ist was davon. Puh. Oh mein Gott, ist das hier... Ist das hier... Ist das hier... Ist das hier... Oh du... Was? Das ist eine Kartoffel-Mann aus Toy Story, erzählt mir nix. Was? Alles in der Welt. Oh mein Gott, ich glaube, es ist tatsächlich das, was ich denke. Oh mein Gott. Leute, 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 ich möcht' dir was sagen. Ey, ich wollt' noch wieder schreiben. Ich hab' doch gesagt, es sind nur Leute bekannt von Funk und Fernsehen. Schade. Also YouTube-Zuschauer, das hier ist... M. M. Wunderbar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist doch herrlich. Ist doch herrlich. M. 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 Warte, wie hieß der? Ist das der Delfin aus Spongebob? Was? Er hätte aber auch gehalten, Alter. Beim zweiten Spongebob. Was? Zu ernst? Wie heißt der? Nein, ich weiß nicht, wie er geschrieben wird. Ich weiß nicht, wie er geschrieben wird. Hä? Das ist ziemlich gut gemalt, Johnny. High-five an dich. Hä? Wie schreibt man den? Hm. Ist das ein Würstchen? Ja, wie schreibt man den? Das ist ein Würstchen. Das ist ein Würstchen. Junge, ich hab das C! Ich hab das C sogar hingemalt, Mann! Achso! Ich hab ja so ein neues Männchen zu nehmen. Wie brauchst du das ab jetzt so lange? Ich hab mir leider einen Zitter aufgekommen, das mit C zu schreiben. Weil ich dachte... Nein, wer das ist? Ich hab's mit K im Kopf. Ich hab's auch mit K im Kopf. Da hab ich mir gedacht, warte, was kommt sonst? Ich hab C! Ich hab's mit K. Das ist das Einzige was du ändern kannst. Wunderbar. Sorry. Tisch. Junge, Ige, wir machen Charaktere. Da kannst keinen Tisch hinschreiben. Denkt nicht an Charaktere, weil das wäre das war unmöglich, wenn ich jetzt ein Charakter aber ich habe doch nur Charaktere reingenommen ja, aber den Charakter kann ich echt nicht malen Was sollst du? Was ist das? Das war's so Wie ist das? Abfall Soooo Ah Wah Ist der Penny aus die Big Bang Theory gemein oder was? Danke, Danke dass ihr den Laden genommen hast, ich habe die Big Bang Theory nie gesehen Ist das der Mann mit der Melone? Ist das A-Drive? Nein. Ist aus wie aus der Mafia. Das ist ein Kopf. Das ist so ein Kartoffel. Das ist so ein Kopf. Das ist so ein Kartoffel. Das ist so ein Kartoffel. Das ist so ein Kartoffel. Zum Töbel ist das. Ich kenn ihn. Nein. Ich hoffe jetzt kommt Mr. Heiky. Ja. Wenn Mr. Heiky kommt dann nicht. Ich auch nicht. Ich kann nicht an das Wort lesen. WTF? Hallo? 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 Ich schreib es schon nach, Paul. Ich habe es schon gecheckt. Das war ein komischer Big Spong, aber ich hab's versucht. Oh mein fucking Gott, ich liebe es! Ich... nicht. So sieht einer aus Dragonball aus. Das ist ein Gotthatsverstörung. Junge, das ist effektiv eine Silhouette von einem Kopf und du hast schon einen Dragonball-Charakter draus erkannt. Soll ich euch nachher das Bild reinschicken, was ich da meine? Aber da gibt's noch einen. Ja, ist schon mal. Oh mein Gott! Keine Ahnung. Nein, ist close! Als was schreib ich wieder falsch? Wirklich? Ich wusste es noch vor, Johnny, das ist so lächerlich. Wie schreibt man das? Ohne Scheiße. Marvin, wie ist es doch nochmal richtig? Schweinebär-Man! Ey, weil Opel wirklich ist es so unreal! Aber das ist echt gut. Oh Mann! Ihr müsst euch ein Und dazwischen vorstellen, das sag ich euch jetzt schon, okay? Also hier kommt noch ein... Und. Das ist ein Und, okay? Fett. Na, aber von dem Pfeil fett. Ne Acht. Ne Acht. Okay. Oh. Oh, Waifu. Mann! Das sag ich auch gar nicht gedacht. Die sind beide oberkörperfrei, okay? Nein, okay. Du nicht. Du nicht. Das gönne ich euch nicht. Mann, Johnny. Ich hasse dich. Hä? Hä? Warum hat die eine schwarze Haare? Ist das normal? Ist das ein Apropos? Was? Du bist gar nicht. Ein Dreieck! Drei Dreiecke! Keine Ahnung. Illuminati! Drei Bäume! Der Wald! Och Mann! Ich weiß... Eigentlich ist ein Und dazwischen mit eigentlich drinnen gewesen, aber ich weiß jetzt nicht wo... Amy! Och, Mann, nein! Na gut, das war's bestimmt schwer für euch zu schreiben, aber... Fantastisch. Passt auf. Kreis. Ähm... Oh man... Na gut, ich hab ja noch genug Zeit, aber ich... Was ist das? Ich glaub an euch. Ich nicht. Was ist das? Warum nicht? Nicht okay, aber... Du bist ja aus dem Joker. So, kein Bock mal den zu malen. Ist das ne Bibel? Ist das ne Bibel? Er malt in Vierecken, ist das die Bibel? Was ist das? Was ist das? Martin Luther! Was ist das? Ähm... PayPal! Ähm... Hä... $hhms? Hey, man... Ähm... Ähm... Ich hab wirklich keine Ahnung. Warte, ich weiß es. Nein! OHHHHH! Was? Ja, aber das... Oh, oh, man! Ich bin der Arsch, man! Captain Iglo! Warum ist dieser Zeichen da als Buhstamm drin? Das ist dumm. Ich dachte, das wird bei euch angezeigt. Nein, nur jetzt nicht. Oh, das macht euch nichtومöglich. Alter, der Charakter ist voll schwierig zu zeichnen. Er hat im, binockele-oltere an. Ähm... Meiner Zeichen war... OMG, stopp. Ich hab geraten. Ich weiß nicht, wie ich dir da helfen soll, ohne was zu beraten, mach weiter, wie du das machst, du machst es an sich gut von der Farbgebung. Hey, jetzt mach ich weg. Hättest du einfach weiter gemacht, hätten sie noch drauf kommen können. Hättest du Alola hingeschrieben, ne, Alola, ah, oh, das ist ja nett. Ohana heißt Familie. Ähm. Ohana heißt Familie. Ähm. Ah ja, ich verstehe. Elvis. Mein Tic Tac WTF. Nein, darfst du. Ähm. Ähm. Was? Oh. Oh, du bist im Wettbegrüß, mit ganz alter Fölf, schön, dass du dich mit alter Fölf und mit alter Seering mit der Schubricht meldet. Mann. Äh. Du kämst das mal wahrscheinlich. Ein Lagerfeuer. Wie war. Das wird sein. Lagerfeuer liebe Teuer. Definitiv. Dippa Dippa, du, die Bank und du. Ja. Dippa Dippa, Jun. Ne, weil das ist glaub ich eher diese Farbe gewesen. Hey, Mann. Was ist denn? Erzählung. Ja. Das hab ich frech. Okay, meine Damen. Edward Snowden. Wer? Edward Snowden. Kenn ich nicht. Es muss edgy sein. Es ist richtig edgy, Alter. Ist das ein Krückstein? Ist das ein Krückstein? Naja, oder ne Zuckerstein. Das ist echt witzig. Yo, das ist richtig. Oh nein. Oh. Alter, Florian, ich hab's so drauf, dass du's nicht weißt. Das ist so richtig edgy. Hättest du nicht vor, hättest du dort ein Zeichen bauen können? Hättest du nicht vor, hättest du dort ein Zeichen bauen können? Ich hab's so drauf, wenn du's nicht auf dem Zeichen bauen... Oh nein! Ich hab's da vorne immer ein bisschen raus.